Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ein traditionelles Aufgabengebiet der Feuerwehr ist die Tierrettung. Für die Anwärterin Stefanie Neicke steht heute praxisnah Unterricht auf dem Plan. Tiere in Not reagieren oft unbereichenbar. Deshalb soll die Auszubildende einen Eindruck vom Angriff eines ausgewachsenen Hundes vermittelt bekommen. Das ganze Material ist halt sehr dick und wie gesagt, du merkst halt ein bisschen Druck vom Hund, aber er wird definitiv nicht durchbeißen können. Der steife Filzanzug soll Stefanie schützen. Ich muss halt schauen, dass ich jetzt richtig dann stehe und ein bisschen Stand erwische. Ja, kraftvoller Hund, so um 29 Kilo schätze ich mal, wird er noch mit zurennen und mich dann anspringen, um an den Arm zu können. Ja, dann wird er hier dran rumzotteln und auf Befehl des Herrchen wieder loslegen. Dann wird es ernst. Polizeihund Amboss ist bereit für seinen Einsatz. Den ersten Angriff hat Stefanie gut gemeistert. Doch es geht gleich weiter, denn die zukünftige Feuerwehrfrau soll eine gewisse Routine für brenzlige Situationen entwickeln. Noch fünf weitere Runden wird die Auszubildende mit dem kräftigen Hund konfrontiert. Und während Stefanie furchtlos mit Amboss ringt, verdient sie sich den stillen Respekt ihrer erfahrenen Kollegen. Rein, stehen! Aus! Die Anwärterin hat sich gut geschlagen, aber den Schutzanzug wird sie später nicht haben. Na, sag mal so, im wirklichen Einsatzleben muss man sich irgendwas suchen, zumindest nicht den Arm oder irgendeinen Körperteil hinhalten. Ja, also, der Hund versucht dann natürlich, den alles reinzubeißen. Das ist schon, gerade ein Hund jetzt, der Angst hat und der irgendwo gerettet werden muss, ja, der natürlich Angst um sein Leben hat, der wird natürlich auch irgendwo seinen Helfern wahrscheinlich auch den irgendwo reinbeißen. Auch wenn man damit vielleicht gar nicht rechnet. Für den Abend hat Stefanie Neicke eine Einladung in die Magdeburger Oper. Doch der Besuch ist streng dienstlich. Ihr Kollege Jens-Uwe Gerd ist für die heutige Vorstellung als Brandsicherheitswache eingeteilt. Die Anwesenheit der Feuerwehr ist bei allen großen Veranstaltungen Pflicht. So, das ist hier der Schnürboden, ja. Vor Beginn jeder Vorstellung prüft der diensthabende Feuerwehrmann die Einhaltung der Brandschutzvorschriften, kontrolliert Fluchtwege und Löscheinrichtungen. Ein mehr als einstündiger Rundgang mit unzähligen Stationen, welchen die Auszubildende später einmal selbst bewältigen muss. Also Feuerlösch-Einrichtungen wie zum Beispiel der Feuerlöscher, der Poolfeuerlöscher, muss da auch frei sein, müssen wir auch drauf achten. Hier ist alles so weit, okay. Nehmen wir das noch ein bisschen weg und hier, okay. Das sieht aus wie hier so eine... Von den Feuerwehrleuten wird erwartet, dass sie alle großen Veranstaltungsorte Magdeburgs wie ihre Westentasche kennen. Also hier im Opernhaus geht's eigentlich und man kann sich meistens auch nochmal zum Schauspielhaus drüben, gibt's nochmal einen Ordner mit den Objektplänen, da kann man nochmal reingucken. Das wäre dann auch für mich dann wichtig. Also ich würde mir dann so einen Plan in der Hand nehmen und dann nach Planen laufen, weil sonst verlaufe ich bestimmt. Also dann komme ich zwar bestimmt auch wieder an, ob es denn halt der kürzeste Weg war, ist dann die andere Frage. Achtung! Und Sie werden noch von mir hören, Donner und Oma. Wenn die Vorstellung beginnt, dann sitzt irgendwo hinter der Bühne immer auch ein einsamer Feuerwehrmann, dessen aufmerksamer Blick auf die Sicherheit des Publikums gerichtet ist. Zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt. In der Küche der Feuerwache herrscht konzentrierte Betriebsamkeit. Das warme Abendessen für die 33 Kollegen der Wachabteilung bereiten die Männer selber zu. Gemeinsames Kochen hat bei den Brandbekämpfern eine lange Tradition. Bei der Feuerwehr ist halt wichtig, dass immer Gutes und vor allen Dingen viel Essen da ist. Wenn man hier 24 Stücken verbringt, dann ist natürlich auch wichtig, völlig klar, bei der körperlichen Belastung, dass man halt gutes Essen braucht. Nach dem gemeinsamen Abendessen gehen die Feuerwehrmänner früh auf ihre Zimmer. Wie lange es Gelegenheit zum Ausruhen gibt, ist in ihrem Beruf nie sicher. Wie tiefer man im Schlaf tritt, je schlechter kommt man ja auch hoch, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man nicht mehr in diesen Tiefschlaf reinfällt. Mittlerweile geht es aber am Anfang fort schon schwer. Da habe ich natürlich einen guten Chef, der hätte nochmal an die Tür geklopft. Alarm für das HLF, Tragehilfe, Unterstützung, Rettungsdienst. Alarm um 21 Uhr. Die Rutschstangen sind über den gesamten Flur verteilt, sodass Enrico und seine Kollegen in weniger als einer Minute zwei Etagen tiefer in den Fahrzeugen sitzen. Gut, dann fahren wir jetzt mit Unterstützung und Rettungsdienst. Also die Kollegen brauchen jetzt sozusagen unsere Hilfe, um die Patienten runterzutragen. Bei dem Betroffenen besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall. Jetzt zählt jede Minute. Der stark übergewichtige Patient muss dringend in eine Klinik gebracht werden. Und zuvor irgendwie in den Krankenwagen. Vor Ort werden sie schon von ihren Kollegen erwartet, die in dieser Nacht Rettungsdienst fahren. Für die Feuerwehr das Arbeitsfeld mit den meisten Einsätzen. Ausgerüstet mit einem speziellen Tragetuch beginnt jetzt der schwierige Weg nach unten. Riecht mal den Essen noch ab? Nach wenigen Minuten ist die Trage sicher im Rettungswagen. Einsatzende für Enrico und seine Kollegen. Der Patient erreicht rechtzeitig die Klinik. Wie viel Kilo? 150, 160 Kilo. Das ist natürlich dementsprechend anstrengend, den mit sechs Leuten durch den enge Treppenhaus runter zu schaffen. Jetzt sind wir froh, wenn wir wieder zurückkommen und uns zum Ziehen gehen. Aus den nassen Klamotten raus. Für diese Nacht bleibt das der letzte Einsatz. Auch im Wasser müssen die Rettungskräfte sicher agieren können. Training für die Tauchergruppe der Feuerwehr. Die Sicht ist schlecht. Ein realistisches Szenario. Die Aufgabe, Metallsägearbeiten auf dem Grund eines städtischen Sees. Der Umgang mit Werkzeug unter Wasser ist Teil der Übung. Zu den Aufgaben der Feuerwehrtaucher gehört das Retten von Personen aus lebensgefährlichen Notlagen, aber auch das Bergen von Toten oder die Hilfeleistung bei Havarinen im Wasser. Nach einer Alarmierung stehen sie binnen weniger Minuten am Einsatzort bereit. Dafür trainieren Mario Mutschal und seine Kollegen unter allen Witterungsbedingungen. Kalt ist es nicht. Wenn man gut sägt oder sowas, dann ist es einem eher warm, dass man da friert. 36 Minuten und reicht aus. Auch auf der Elbe üben die Kameraden regelmäßig Rettungsmanöver mit ihren wendigen Booten. Wir gehen da auch mit wirklich Respekt dran, sollte man auch davor haben. Immer gucken, hat man was dahinter, wenn wir irgendwo Probleme haben in einer gefährlicheren Situation, dass wir da nicht gegentreiben könnten. Man sollte nie irgendwo vor einem Hindernis mit der Strömung gesehen reinfahren. Wenn man da irgendwo quer schlägt oder sowas, es reißt einen so schnell rum, dann wird man selbst zum Opfer. Gehe erst parallel dazu oder etwas tiefer und fahren von unten ran. Immer erst weiter weg, schon runter bremsen, dass die ganzen Wellen, die man selber erzeugt hat, sich schon verlaufen haben. Dass man wirklich also jetzt schon mal ein bisschen ruhigeres Fahrwasser hat, um da ranzukommen. Anlandungsübung an einem Ponton. Für die Rettung von Personen aus dem Wasser ist dieses Training eine unabdingbare Voraussetzung. Jeder im Team muss mit den Manövern vertraut sein. Was auf den ersten Blick leicht aussieht, entpuppt sich als Präzisionsarbeit. Die Strömung der Elbe ist tückisch. Wir haben hier leider auch schon mehrere Unfälle gehabt, dass Leute ins Wasser gesprungen sind. Teilweise bei ihnen was reingefallen ist und so weiter. Und erst wenn sie im Wasser sind, merken sie, was hier für eine Strömungsgeschwindigkeit herrscht. Die knallen dann an den nächsten Steg und dann ist es vorbei. Und auch mit den Sportbooten und so weiter, das ist wirklich eine relativ große Gefahr. Die Strömung sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Die Auszubildenden sind aufgeregt. Diesmal wird es richtig heiß. In einem verlassenen Wohnblock sollen sie sich beim Löschen eines Kellerbrandes bewähren. Eine Übung, aber heute ist das Feuer echt. Ansonsten Nase runter und gucken, wo wir zusammenbleiben. Wenn irgendjemand unwohl ist, rechte ab, ist kein Problem. Dafür üben wir es. Im Keller haben die Ausbilder eine Feuerwehrpuppe versteckt. Die muss gefunden und gerettet werden. So, dann, Ausstellung. Ronny, fertig. Rauchdruck. Ausstellung. Ihre Aufgabe können die Anwärter nur gemeinsam lösen. Was genau sie dort unten erwartet, wissen sie nicht. Im engen Kellergeschoss beginnen die Ausbilder damit, Stapel alter Möbel anzuzünden. Kellerbrände gelten als besonders schwierig, da man schnell die Orientierung verliert. In wenigen Sekunden wird hier die Hölle los sein. So, das war's nicht. So, Angriff, vor! Um den Brand herzufinden, muss das kleine Team mit Pressluftatemgeräten und auf allen Vieren in den Keller voller giftiger Rauchgase vordringen. Der Schlauch ist Löschgerät und Rückzugsorientierung zugleich. Denn die Sicht ist null. Die heiße Phase beginnt. Das Team ist im Keller. Mit einer Wärmebildkamera beobachten die Ausbilder ihre Schützlinge. Die haben den Verletzten schon gefunden und retten die Übungspuppe ins Freie. Doch das Feuer wird immer mächtiger. Nach einer weiteren langen Minute im engen Keller ist der Brand gelöscht. Der gesamte Einsatz hat nur kurze Zeit gedauert. Aber die angehenden Brandbekämpfer sind erschöpft. Das Ergebnis von Stefanie und ihrer Gruppe kann sich sehen lassen. Die Ausbilder sind zufrieden. Naja, jeder Einsatz ist anstrengend, sag ich mal. Aber das ist normal. Da muss man aufpassen, dass man gleich vorne anfängt. Nicht, dass man reinläuft und am Feuer vorbeiläuft und das dann hinter einem brennt. Das ist dann das Schwierige. Mit jeder Übung steigen die Anforderungen an die zukünftigen Feuerwehrleute. Und die Aussichten auf einen schönen, aber schweren Beruf. Ich habe schon früher gesagt, ich will mal zur Feuerwehr. Da haben meine Geschwister bloß gesagt, du hast einen Knall. Mach lieber das, was realistisch ist. Und dann ist es gut. Aber ich glaube, da muss man sich manchmal durchbeißen und durchsetzen und seinen Weg machen. Bis man das dann erreicht, was man sich so gewünscht hat. Allein im vergangenen Jahr haben die Männer und Frauen der Magdeburger Feuerwehr mehr als 15.000 Einsätze absolviert. Die Menschen, die sie dabei gerettet haben, sind ungezählt. Die Menschen, die sie dabei gerettet haben, sind ungezählt.